In der Saison 24-25 werden die neuen Spielformen verbindlich im Kreis Augsburg eingeführt. Hier die Informationen für die E-Jugend. Die E-Jugend kann Fußball 5 und Fußball 7 spielen. Das ist in den Richtlinien des Minifußballs enthalten. Dann beim Fußball 5, das kann in der U10 und in der U11 gespielt werden, als Festival, Turnier oder in Ligaform. Und Fußball 7 gilt für die U11 und ist sehr vorbehalten und kann in Liga und in Turnierform gespielt werden. Wir werden Fußball 7 ganz normal in Ligaform weiterführen, so wie es bekannt ist. Das heißt, einzige Änderung ist, es gibt die Nebenspielfelder für Rotationsspieler und ein paar Regeln, auf die ich gleich zu sprechen komme, werden sich ändern. Daneben gibt es Fußball 5, das wir auch anbieten. Fußball 5 werden wir als Festival anbieten. Dazu auch gleich nähere Informationen. Kommen wir zu den Änderungen zur neuen Saison. Wir haben diese Änderungen auch noch einmal im Ausfüllhilfe-Meldebogen hinterlegt. Was sind die Änderungen? Die Spielzeit ist 4x15 Minuten anstatt 2x25 Minuten. Der Ball wird nur noch eingetribbelt oder eingepasst anstatt eines Einwurfes. Also der Ball muss einfach ins Spiel gebracht werden durch Dribbeln oder Passen. Mit dem zweiten Kontakt darf auch ein Tor geschossen werden. Es sollte der Torwart bzw. der Torspieler rotiert werden, falls es die Kinder wollen, wehren sich die Kinder. Dann darf natürlich auch ein Torwart das Spiel bzw. das Festival spielen. Wir haben auch eine Möglichkeit zur Flexibilisierung. So ist es möglich, bei 3 Tore Vorsprung einen siebten Feldspieler auf das Spielfeld zu bringen. Ganz wichtig noch einmal, auch hier extra hervorgehoben, beim Fußball 7 gibt es für die Rotationsspieler ein Nebenspielfeld. Das heißt, habe ich 10 Spieler, 7 können spielen, 3 spielen auf dem Nebenspielfeld im Fußball 3 gegen 3 Rotationsspieler, die mein Gegner dabei hat. Hat der Gegner 6 Rotationsspieler und ich habe 6 Rotationsspieler, was nicht sein sollte. Könnte man auch 2 Nebenspielfelder aufbauen, aber alle Kinder sollten in der Zeit des Fußballspiels Fußball spielen. Für das Festival haben wir folgende Platzaufteilung vorgesehen. Zu einem Festival kommen 6 Mannschaften im Fußball 5 mit 2 Teams. Das heißt, wir spielen auf 6 Plätzen mit 12 Teams. Im besten Fall hat man 12 Jugendtore, hat man diese nicht, dann werden die Felder, die man nicht mit Jugendtore besitzen kann, mit Minitore ausgestattet. Das heißt, zum Beispiel Feld 1 spiele ich mit Jugendtore, Feld 2 mit Minitore, Feld 3 mit Jugendtore, 4 Minitore, 5 Jugendtore und 6 wieder Minitore. Das gilt für Vereine, die 6 Jugendtore haben. Habe ich 8 Jugendtore oder 10, kann ich natürlich mehr Felder mit den Jugendtoren ausstatten. Habe ich nur 2, also 4 Tore, kann ich nur 2 Felder ausstatten. Dann bitte 1 und 3 und die restlichen mit Minitore. Wir wollen Abwechslung, dass jedes Kind die Chance hat, auf Jugendtore und auf Minitore zu spielen. In der Richtlinie zum Minifußball gibt es noch den Punkt 12. Hier steht, dass die 4 Tore auch anders aufgebaut werden können, wie nur auf der Torauslinie. Das heißt, hier sind sie aufgebaut, Torauslinie, hier sind sie eingerückt an der Schusslinie und verkehrt herum aufgestellt. Hier sind Hütchen-Tribbeltore noch mit eingezeichnet. Also auch so kann ich eine Abwechslung in mein Festival bringen. Das waren die Informationen zur E-Jugend für die Saison 24-25.